ein wunderschönen guten morgen aus hamburg es ist freitag der 13 20 23 8 uhr 35 wir bereiten uns auf unserem morgendlichen dax trade vor 15.107 geben belong 15.092 gehen wir schaut und wenn der kurs da reingeht wird die falle mehr oder weniger aktiviert daily pivo heute bei 56 das wären dann auch die ziel marken einmal hier unten und nach oben haben wir unterschiedliche marken das gestrige hoch liegt hier oben wir haben bei 15.125 wir versuchen aber hier die 50er marke dann auch 15.125 schuldigung das ist dann erstmal die zielmarke im kurzen bereich und dann haben wir hier oben irgendwann die 50er zone von hier nach oben 15.143 so genau das sind denn die zielmarken ab den zweiten schritt grüne linie ist das hoch von gestern nach den zahlen und warten dass die falle dann mehr oder weniger zu schnappt wir schauen einmal auf die vola boxen wo kommt die vola box rein 15.125 also fast bei dem niveau wo das gestrige hoch ist zu 15.110 das der hinweis ja wir schauen wir haben die erste falle platziert big number an freitag den dreizehnten so wir halten fest 13 freitag der 13 20 23 839 wir sind short im ersten trade mit der big number und schauen mal ob der kurs jetzt hier erstmal untergeht so landeanflug für den trade den kurs vom tp und raus aus dem trade kurz und schmerzlos das war der eröffnungszeit 8 uhr 40 und es geht weiter mit der zweiten box und ich verabschiede mich hier bei den youtuber für unser video tagebuch video logbuch und wünsche dann allen ein schönes wochenende bis montag